Hallo und herzlich Willkommen hier bei einem weiteren Video auf Magic Time. Im heutigen Video wollen wir mal etwas mit diesem Kartenspiel hier machen. Wie ihr seht ist es ein ganz normales Kartenspiel. Der Zuschauer sucht sich jetzt mal eine Karte aus. Nehmen wir an es ist die hier. So. Ich halte sie jetzt in die Kamera damit ihr sie besser sehen könnt. Das ist hier jetzt die 5 of Diamonds. Also die 5 Karo. Gut. Die 5 Karo verstaue ich jetzt hier irgendwo in dem Kartenspiel. Einfach da rein. So. Die 5 Karo ist jetzt irgendwo in dem Kartenspiel. Ich habe keine Ahnung mehr wo sie ist. Auf jeden Fall hebe ich jetzt hier mal ein paar mal ab. Vielleicht hier nochmal. Und das hier nochmal. Und ja so. So ist es gut. So. Ich zeige euch mal gerade die oberste Karte. Das ist der König Herz hier jetzt in dem Fall. Also nicht dass ihr denkt die wäre oben oder auch unten. Unten ist sie auch nicht. Okay. Sie ist also wirklich in dem Kartenstapel hier verschwunden. So. Was ich jetzt eigentlich brauche ist eine meiner Helferkarten. Das sind die Joker. Ich nehme jetzt hier. Ich entscheide mich jetzt für den blauen Joker. Das ist ein ganz normaler Bicycle-Standard. Also nichts besonderes daran. So. Diesen Joker. Also ich lege meine Hand auf dieses Kartenspiel. Die Hand ist leer. Wie ihr schon gesehen habt. Ich lege also dieses hier drauf. Und lege oben drauf den Joker. Also es ist wirklich der Joker nicht. Dass er denkt das wäre jetzt irgendeine andere Karte. Gut. Dann lege ich meine Hand hier drauf. Auf diesen Joker. Obwohl er ist falsch rum. Ich muss ihn so rum haben. Und jetzt kann ich diesem Joker sagen. Er soll durch meine beiden Hände. Indem ich sie bewege. Eure Karte. Also die Zuschauerkarte. Herausfinden. Also ich bewege meine Hände hier so ein bisschen. Und da kann sich auch immer manchmal nicht so. Das dauert eine Weile bis er sich entschieden hat. Irgendeine Karte zu nehmen. Manchmal gibt es hier auch mehr Wirrwarr. Das ist immer. Das ist die. Nein. Wohl nicht. Okay. Dann habe ich also die Karte direkt jetzt unter meiner Hand. Wir können das mal gucken. Hier ist der Joker. Und das hier war eure Karte. Die 5 Karo. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.